Dieses Jahr stellen wir auf der Inter Airport viele neue Entwicklungen aus. Wir haben eine vollelektrische Fluggasttreppe, die aus 100% erneuerbaren Energien angetrieben wird. Wir haben ein Tracking-System, das in verschiedenste, nicht motorisierte GSE eingebaut werden kann und den Flughafenbetreibern und Betreibergesellschaften die Arbeit am Flughafen um einiges erleichtern kann. Wir sind sehr zufrieden mit dem Messeverlauf. Wir haben viele neue Kontakte kippen können, wo sich auch schon abzeichnet, dass unsere Interessen und unsere Ansichten zu Energieeffizienz und dem Flughafenbetrieb beim Kunden sehr gut ankommen und das Interesse da wirklich sehr groß ist.